Einen guten Morgen und herzlich willkommen heute an diesem Sonntag. Ich danke Ihnen, dass Sie sich eingeschaltet haben, dass Sie wieder online dabei sind. Wir sind sehr erstaunt. Viele Menschen haben sich eingeklinkt in den vergangenen Tagen. Ich grüße Sie und möchte Ihnen Osterfreude wünschen, jetzt an diesen Tagen, so direkt nach dem großen Ereignis. Heute haben wir den Sonntag Quasimodogenity. Das bedeutet so viel wie neugeborene Kinder. Alles frisch, alles neu. Und doch ist es vielleicht schon nicht mehr so, denn auch diese Tage nach Ostern haben ja einiges gebracht, was uns nachdenklich macht, zurückholt in den Alltag, in das alte Leben. Und so rutscht der Glaube ganz allmählich auf Abstand. In der Beschäftigung mit den Gedanken für diesen Sonntag ist mir das zur Überschrift geworden. Von Glaube auf Abstand. Und wir wollen darüber nachdenken, wie man diese frische Osterfreude vielleicht doch zurückgewinnen und mitnehmen kann. Lassen Sie uns jetzt miteinander Gottesdienst feiern. Nehmen Sie ruhig das Liedblatt zur Hand, das Sie ausdrücken können über unsere Homepage und feiern Sie diesen Gottesdienst fröhlich mit, jetzt in diesen Tagen nach Ostern. Wir beginnen diesen Gottesdienst im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Christus Jesus hat dem Tode die Macht genommen und das Leben und ein unvergängliches Wesen ans Licht gebracht durch das Evangelium. Gott sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist, wie es war immer Anfang, jetzt und immer noch und von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Lasst uns miteinander beten. Herr Jesus Christus, ein paar Tage ist Ostern jetzt her, da haben wir gejubelt, uns gefreut, mit Straßenkreide auf die Straße gemalt, dass du lebst, haben es anderen gesagt und wussten es so genau, dass du Macht über uns hast und alle Gewalt in dieser Welt. Aber das war letzten Sonntag, letzten Montag und diese Woche ist lange geworden. Schon wieder waren sie da, die Sorgen, die uns bedrücken und da haben wir nicht mit dir gerechnet. Schon wieder gab es Spannungen, die uns entzweien. Jeder wollte was erreichen, es gab harte Worte, besser wären sie ungesagt geblieben. Es gab Gelegenheit, anderen zu helfen, die Freundlichkeit, die du uns zeigst, einfach weiterzugeben. Wir haben es nicht geschafft. Herr, dass unser Glaube auf Abstand gerutscht ist, das verzeih uns. Vergib uns, dass wir dir so wenig zutrauen, dass du Tag für Tag treu bist und uns hilfst. Vergib du unseren schwachen Glauben, der in die Sackgasse gerutscht ist. Wir rufen zu dir Kyrie Eleison. Erleison. Erwarme dich, Triste, erwarme dich, erwarme dich über uns. Angeklagt fühlen wir uns und doch sind wir freigesprochen. Denn hört, was Gott uns sagt. Wer will die Auserwählten Gottes beschuldigen? Gott ist hier, der gerecht macht. Wer will verdammen? Jesus Christus ist hier, der gestorben ja vielmehr, der auch auferweckt ist, der zur Rechten Gottes ist und uns vertritt. Ehre sei Gott in der Höhe. Und auch werden weht und den Menschen ein Wohlgefunden. Ja, ich freue mich. Der Simon ist heute mit im Gottesdienst. Der singt mit uns das erste Lied. Herr, ich komme zu dir. Herr, ich komme zu dir. Ich stehe nur so, wie ich bin. Alles, was mich bewegt, lege ich vor dich her. Herr, ich komme zu dir. Herr, ich komme zu dir. Ich komme zu dir. Geh mir ein neues, so geteiltes Herz, lege ein neues Leben an, fülle mich neu mit deinem Geist und du, du bist ein Grob in mir. Herr, ich komme zu dir, ich stehe und so wie ich bin, als Gott mich will, entliege ich bei dir stehen. Herr, ich komme zu dir, ich stehe und so wie ich bin, als Gott mich will, entliege ich bei dir stehen. Herr, ich komme zu dir, ich stehe und so wie ich bin, als Gott mich will, entliege ich bei dir stehen. Geh mir ein neues, so geteiltes Herz, lege ein neues Leben an, fülle mich neu mit deinem Geist und du, du bist ein Grob in mir. Am Abend dieses ersten Tages der Woche, als die Jünger versammelt und die Türen verschlossen waren, aus Furcht vor den Juden, kam Jesus und trat mitten unter sie und sagte zu ihnen, Friede sei mit euch. Und als er das gesagt hatte, zeigte er ihnen die Hände und seine Seite. Da wurden die Jünger froh, als sie den Herrn sahen. Da sagte Jesus noch einmal zu ihnen, Friede sei mit euch. Wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich euch. Und als er das gesagt hatte, hauchte er sie an und sagte zu ihnen, Empfangt den Heiligen Geist, welchen ihr die Sünden vergebt, denen sind sie vergeben, und welchen ihr sie behaltet, denen sind sie behalten. Thomas aber, einer der Zwölf, der Zwilling genannt wird, war nicht bei ihnen, als Jesus kam. Da sagten die anderen Jünger zu ihm, wir haben den Herrn gesehen. Er aber sagte zu ihnen, wenn ich nicht in seinen Händen die Nägelmale sehe und meinen Finger in die Nägelmale lege und meine Hand in seine Seite lege, kann ich es nicht glauben. Acht Tage später waren seine Jünger wieder im Haus und Thomas war bei ihnen. Da kam Jesus, als die Türen verschlossen waren, und trat in ihre Mitte und sagte, Friede sei mit euch. Danach sagte er zu Thomas, reiche deinen Finger her und sieh meine Hände und reiche deine Hand her und lege sie in meine Seite und sei nicht ungläubig, sondern gläubig. Thomas antwortete ihm, mein Herr und mein Gott. Jesus sagte zu ihm, weil du mich gesehen hast, Thomas, hast du geglaubt. Glückselig sind, die nicht gesehen und doch geglaubt haben. Ja, in unserem Gottesdienst heute, quasi Modogenity, wie neu geboren, da geht es auch um die Erfahrung von dem Thomas. Wir haben gerade die Schriftlesung gehört, mit Bildern unterlegt. Thomas, der so ein Wanderer zwischen den Welten ist, der Erfahrung seines eigenen Glaubens, der er nicht mehr trauen kann. Glauben auf Abstand. Jetzt in der Corona-Zeit, ja, man muss ein bisschen Abstand schaffen, aber Glauben auf Abstand ist genau auch das, was uns ja beschäftigt. Wie lebendig ist denn mein Glauben? Und ich freue mich, dass ich an diesem Tag heute, an diesem Sonntag, einen Gast habe, den ich begrüßen darf. Ich möchte mit ihm ein kleines Interview führen. Den meisten, die zuschauen, werden ihn kennen. Es ist der Jens Heidelberger aus, ja, jetzt muss man sagen, Östringen, Jens. Hallo. Rübergezogen. Nicht mehr im Kirchengemeinderat Rotenheim, aber drüben sehr aktiv in der Gemeinde. Man kommt an ihm nicht vorbei, wenn man in unserer Gemeinde aktiv ist. Und ich freue mich, Jens, dass du bereit warst zu sagen, zu diesem Thema Glauben auf Abstand, wir müssen auch noch ein bisschen auf Abstand gehen. Kannst du was sagen? Wir haben gerade die Geschichte von dem Thomas miteinander gehört und vielleicht, ja, kannst du bei diesen drei Fragen, die ich habe, ein bisschen weiterhelfen. Gab es bei dir eine Zeit Glauben auf Abstand? Die gab es tatsächlich, Markus. Das war in der Zeit, wo ich Papa geworden bin, wo ich dann geheiratet habe und dann so die Familie im Vordergrund gerutscht ist und alles andere, was ich damals gemacht habe. Ich war ja sehr aktiv, auch in Bad Schirrmann und CVM, als Jungscheinleiter etc. Und das wurde aber dann alles weniger, weil du für deine Familie da sein wolltest. Du wolltest einfach in die Richtung, ja, einfach da sein. Und somit ist natürlich auch mein Glaube doch relativ in den Hintergrund gerutscht. Man hat immer so ein bisschen gewusst, dann hat man ja auch die Taufe gehabt natürlich, dann waren wir wieder in der Kirche. Aber es waren wirklich so, in den Jahren, wenn ich jetzt so zurückdenke, es waren wirklich einige Jahre, wo ich dann so Abstand hatte zum Glauben. Ich hatte kein Bedürfnis, ich wollte nicht unbedingt irgendwas von Jesus oder von Gott hören, sondern es war wirklich so, dass ich gelacht habe, ich habe das gelaufen. Und das war so ein gewisser Abstand. Also die Erfahrungen waren da, das Wissen war da und zwar irgendwie nicht mehr echt. Die zweite Frage geht auch in diese Richtung Glauben auf Abstand. Wird ja manchmal auch bei uns eine Zeit des Zweifels. Wenn man Glaube nicht mehr so hat, dass man das Gefühl hat, es ist frisch und authentisch, stellen sich große Fragen ein. Jetzt, Stichwort Zweifel, hast du das erlebt? Also für mich war überraschenderweise so, dass diese Zweifel erst eigentlich so richtig da waren, wo ich schon tiefer im Glauben war. Das war wie bei Thomas. Ja. Also ich bin mit Jesus mitgegangen. Ich meine, du kennst es ja noch, vor ungefähr neun Jahren war ich dann irgendwann mal vor dir gestanden. Ja. In dieser Zeit des Abstandes war immer so, dass Gott oder Jesus mich auch immer wieder angestochen haben, ich nenne es mal so, immer wieder angestupst haben. Ob es ein christliches Lied war, ob es jemand war, den ich damals aus der Gemeinde Bordschönbund gekennengelernt habe und mir wieder miteinander ins Gespräch gekommen bin. Und das war alles immer so, nicht alleine gelassen, aber immer so mal wieder, hey, ich bin doch da. Hat mich aber nicht interessiert, mir war andere Sachen wichtiger. Und das richtige Zweifel war tatsächlich erst da, wo man so richtig tief mit Jesus, mit Gott unterwegs ist, weil man dann an den Punkt kommt und sagt, hey, jetzt glaube ich, ich bin doch da, ich mache doch alles, ich bin doch für dich da, ich brenne für dich, ich gebe alles für dich, ich brauche deine Hilfe. Aber jetzt, es klappt einfach nicht. Man merkt einfach nichts. Das hätte sich ja der Thomas in der Situation auch gewünscht. Jesus, der ihm so ganz direkt begegnet, ihm das glasklar macht. Und ich finde diesen Moment in der Schriftlesung auch so spannend. Die Jünger bezeugen das die ganze Zeit. Und trotzdem hat er das Gefühl, mein Jesus ist nicht bei mir. Okay, also Zeit des Zweifels. Und der dritte Gedanke, Jesus bleibt nicht auf Abstand. Das ist ja eigentlich gerade schon von dir gesagt worden. Aber woran machst du das fest? Dass dieser Abstand zu Gott, zum Glauben, lebendigen Glauben, einfach schrumpft und schmilzt? Jens, wie sind deine Erfahrungen? Also es ist so, dass du, wenn du das Gefühl irgendwann hast, dass du alleine klarkommst und Gott brauchst du nicht, dann schiebst du das beiseite. Dann sind andere Dinge wichtiger. Das Geld verdienen wichtiger, Erfolg zu haben wichtiger, deine Familie im Vordergrund natürlich, dass du da bist, dass du ein Ernährer bist, etc. Das war alles wichtiger und es gab doch alles auch ohne Gott. Wir haben deswegen so ein bisschen auch dieser Abstand angewiesen. Nur, was immer so, durch die Anfangszeit, durch die, wo ich zum Glauben gekommen bin, hat mir was, wie soll ich sagen, was angezündet. Ich nenne es mal so eine Kerze, angezündet. Es war eine kleine Flamme, dann war sie mal ein bisschen größer, ist aber dann wieder geschrumpft. Aber die war nie ganz aus. Und jedes Mal, wenn es bestimmte Situationen gab, Beispiele, ich habe mein Büro aufgeräumt, dann kommen dir auf einmal wieder Jesusfeier-CDs in den Sinn. Dann sagst du, oh, guckst du mal, legst du mal wieder ein. Dann hörst du die Lieder, dann hast du auf einmal wieder das Gefühl, hey, ich brauche Gott, ich brauche Jesus. Dann ist es manchmal so, dass du es wieder beiseite legst, weil dann kommt ja wieder der Alltag. Dann siehst du jemanden, damals war das eigentlich derjenige, der die Verantwortung hatte, der Gemeindedirkonen in Bad Schönmann, auf dem Festival, mal wieder gesehen, gesprochen, etc. Natürlich, durch die Anfangszeit in meinem Glauben, war ich auch im Zauber im Schloss sehr aktiv. Das heißt, wir haben da die Bretter genagelt und so weiter und so fort. Auch das hat mich immer wieder, wo dann Jesus gesagt hat, hey, erinnere dich daran, erinnere dich an mich. Ich war doch da bei dir und ich bin doch da bei dir. Das wäre vielleicht so der Punkt, auf den es ankommt. Und das wäre vielleicht auch so der Impuls zu diesem Gedanken, Gott auf Abstand, nein, er bleibt nicht auf Abstand, aber sich erinnern. Ich glaube, das ist wichtig, weil wir ja doch ein Stück weit diese Begegnung mit Jesus immer wieder brauchen. Und ich habe es jetzt herausgehört, also Jesus hat deinen Lebensweg immer begleitet und war immer dabei. Und insoweit vielen Dank jetzt für deine Gedanken zu diesem großen Thema Glaube auf Abstand. Dankeschön. Das Interview haben wir gerade gehört mit Jens Heidelberger. Und jetzt wollen wir miteinander singen von diesem Lied, das diese lebendige Hoffnung aufnimmt. Christ ist erstanden. Christ ist erstanden. Christ ist erstanden. So wär die Welt vergangen, seit das er erstanden ist, so loben wir den Vater Jesu Christ, Kyrieleis. Alleluia, Alleluia, Alleluia. Das sollen wir alle froh sein, Christ will unser Trost sein, Kyrieleis. Jesus Christ, Kyrieleis. Jesaja sagt zu den Israeliten, blickt nach oben, schaut den Himmel an, wer hat die unzähligen Sterne geschaffen? Er ist es. Er ruft sie und sie kommen hervor. Jeden nennt er mit seinem Namen. Kein einziger fehlt, wenn der starke und mächtige Gott sie antreten lässt. Ihr Nachkommen von Jakob, ihr Israeliten, warum behauptet ihr, der Herr weiß nicht, wie es uns geht? Es macht unserem Gott nichts aus, wenn wir Unrecht leiden müssen. Begreift ihr den nicht? Oder habt ihr es nie gehört? Der Herr ist der ewige Gott. Er ist der Schöpfer der Erde. Auch die entferntesten Länder hat er gemacht. Er wird weder müde noch kraftlos. Seine Weisheit ist unendlich tief. Den Erschöpften gibt er neue Kraft und die Schwachen macht er stark. Selbst junge Menschen ermüden und werden kraftlos. Starke Männer stolpern und brechen zusammen. Aber alle, die ihre Hoffnung auf den Herrn setzen, bekommen neue Kraft. Sie sind wie Adler, denen mächtige Schwingen wachsen. Sie gehen und werden nicht müde. Sie laufen und sind nicht erschöpft. Herr unser Gott, wir danken dir für diese Sätze des Propheten Jesaja, die er damals dem Volk Israel gesagt hat und doch auch uns heute. Segne durch deinen Heiligen Geist. Reden und hören und hilf uns auf. Wir brauchen das. Amen. Glauben auf Abstand. Wer auf Abstand geht, der will auf Abstand. Will einen eigenen Freiraum, sucht seinen Weg selber. Die Frage ist ja nur, was kommt denn raus, wenn du dir deine eigenen Freiräume selber schaffst? Auf den ersten Blick sind die Sätze des Propheten Jesaja hier ein großes Lob an Gott. Auf den zweiten Blick spüre ich, wie erschrocken Jesaja ist. Auf der einen Seite steht der Prophet Jesaja, auf der anderen das Volk Israel. Und Jesaja ist erschüttert bei dem, was er bei diesem Volk da sieht. Darum klingt es wie ein Vorwurf, wenn er sagt, begreift ihr denn nicht? Oder habt ihr es noch nie gehört? Jesaja ist total verwirrt. Wie konnte es mit den Israeliten nur so weit kommen? Sie sind auf Abstand gegangen, auf Abstand zu Gott. Aber wo sind sie jetzt damit hingekommen? Was er sieht, macht ihn betroffen. Da ist einer ahnungslos, der andere erschöpft. Einer schwach und müde. Einer, der gar keine Kraft mehr hat. Und einer, dem spürt man ab, dass er keine Antworten mehr weiß. Sackgasse, die Sackgasse des Lebens, aber auch eben Sackgasse des Glaubens. Was den Propheten Jesaja so erschüttert, ist die Tatsache, dass genau das nicht sein müsste. Leben braucht nicht kraftlos sein, nicht sinnlos und ohne Hoffnung. Niemand muss aufgeben, niemand muss verzweifeln. Gar niemand. Klingt ja echt gut. Keiner? Keiner muss aufgeben, keiner verzweifeln? Für Jesaja steckt eine ganz einfache Erfahrung dahinter. Wer den Glauben aus dem Leben kippt und zu Gott auf Abstand geht, der erweist sich einen Bärendienst. Der schneidet sich die Kraftquelle des Lebens ab. Nur merkt er es nicht sofort. Und das ist das Schlimme. Glaube auf Abstand. Erstmal merkt man das gar nicht. Das geht ja so schnell. Das haben wir auch gerade im Interview gehört. Die ersten Jahre im Beruf, dann Familie, an einem anderen Ort mit neuen Aufgaben. Man muss neue Entscheidungen treffen. Man muss an Herausforderungen wachsen. Das kostet. Man kriegt doch nichts geschenkt. Und wenn man seine innere To-Do-Liste anschaut, dann stehen ganz oben plötzlich ganz neue Punkte. Und die kosten einen viel Zeit, viel Kraft. Und manchmal, ihr wisst es, den Schlaf in der Nacht. Jesaja deckt die Karten auf. Er fragt nämlich, und? Du bist auf Abstand gegangen. Wo bist du jetzt damit hingekommen? Ja, da könnten wir den Test für uns machen. Mal drüber nachdenken heute an diesem Sonntagmorgen. Wo bin ich eigentlich hingekommen? Trifft sich das mit dem, wie Jesaja die Israelis hier beschreibt? Ahnungslos, wie es weitergehen soll. Erschöpft und keine Lust mehr. Schwach und müde. So ganz ohne Kraft. Und Antworten. Ich suche nach Antworten. Ich weiß ja nicht, wie es dir damit geht. Aber gibt es da Berührpunkte mit deiner Situation? Die Israelis waren zum Glauben auf Abstand gegangen. Und jetzt plötzlich spüren sie es, wie es ist, wenn Gott keine Antwort mehr gibt. Und wenn Glaube keine Kraft mehr gibt. Und jetzt gefällt mir so gut, dass Jesaja dieses Elend, diese Not dieser Menschen sieht und dass es ihn berührt. Und dass er den Mund aufmacht. Mensch, geh nicht länger zu Gott auf Abstand. Geh doch auf Gott zu. Merkwürdig klingt das so wenige Tage nach Ostern. Denn an Ostern, da war doch noch alles anders. War es bei euch auch so? Ich habe gehört, viele sind mit Kreide rausgegangen, haben auf die Straße, auf den Gehweg, aufgemalt. Er ist auferstanden oder Jesus lebt. Ostern. Jesus ist stärker als der Tod. Weißt du, was das heißt? Jesus will gar nicht auf Abstand gehen. Wir denken, Leben ist so wichtig. Und plötzlich rutscht Gott weg aus unserem Leben hinaus. Es hat mich sehr beschäftigt, dass jemand drüben bei dem Kreuz vor der Oestringer Kirche einen Zettel geschrieben hat und gedankt hat dafür, Menschen in der Krise bekommen jetzt eine Chance, so hat der Betreffende geschrieben, noch mal über den Glauben nachzudenken. Gibt es da Hoffnung? Jesaja hat eine Hoffnung. Jesaja fordert die Menschen heraus, auf Gott zuzugehen. Er sagt es so. Alle, die ihre Hoffnung auf den Herrn setzen, bekommen neue Kraft. Alle. Stimmt das wirklich? Alle? Naja, ich muss noch mal an Thomas denken. Den Thomas aus der Schrift lesen. Eines der Fotos hat mir für diesen Moment, in dem die Krise groß ist, viel zu sagen gehabt. Ich blende es noch mal ein. Siehst du den Thomas da sitzen? Der weiß nicht weiter. Der ist kraftlos. Der ist müde. Der ist ahnungslos. Thomas ist irgendwie am Ende. Sein Glaube trägt ihn nicht mehr. Thomas ist in der Sackgasse. Was er gestern noch mit Jesus erlebt hat, die Wunder, die Jesus tat, die mächtigen Gebete, die Jesus sprach, die Menschen, die durch Jesus total verwandelt worden waren, wie neu geboren, strahlend und fröhlich. Das war doch gestern. Das ist heute leer und bedeutungslos. Und dann dieser Kontrast auf diesem Bild zu seinen Freunden. Die fangen immer wieder davon an, dass Jesus angeblich lebendig ist. Wo das doch nicht sein kann, denkt Thomas. Dieses Bild hier trifft den Moment der Krise ganz genau. Manchmal ist man so unendlich einsam. Manchmal ist man in dieser total kritischen Phase des Glaubens, dass der Glaube einem nichts mehr gibt, auch wie die außenrum vor Glaubensfreude sprühen. Ja, was macht man denn dann, wenn Glaube so auf Abstand geraten ist? Ich habe etwas mitgebracht. Es ist ein Strohhalm. Mir kommt diese Geschichte mit dem Thomas so vor, als würde ein Strohhalm in dieser Geschichte eine wichtige Rolle spielen. Es kommt mir vor, als würde Thomas sich jetzt an einen Strohhalm klammern. Der gibt ja Gott eine Chance. Wenn Gott tatsächlich so mächtig ist, dass er Jesus von den Toten auferdecken kann, wenn Gott tatsächlich all die Rahmenbedingungen des Lebens in der Handhaltung verändern kann, dann habe ich diesen kleinen Hoffnungsstrahl noch, dass ich an Gott glaube, wenn er sich mir zeigt. Es kommt mir vor, wie wenn Thomas in dieser Geschichte den Strohhalm in die Hand nimmt und Gott noch eine letzte Chance einräumt. Es ist im Grunde so, wie es Jesaja ja auch sagt, alle, die ihre Hoffnung auf den Herrn sitzen, bekommen. Neue Kraft. Der letzte Strohhalm, du kennst vielleicht diese Redewendung. Und dieser letzte Strohhalm, der zeigt auch, manches ist zerbrochen. Da ist keine Option mehr im Raum. Eine einzige Option bleibt noch, dieser letzte Strohhalm. Und Jesaja verdichtet das und sagt, ja, alle, die ihre Hoffnung auf den Herrn sitzen, bekommen neue Kraft. Aber jetzt kann ich mir deine Einwände auch vorstellen. Es ist doch nur ein dünner Strohhalm. Und mit diesem Strohhalm ist es nicht mehr sehr weit, der ist so leicht zu knicken. Lohnt sich das? Alle, die ihre Hoffnung auf den Herrn setzen, so sagt es Jesaja, bekommen neue Kraft. Und nun musst du genau hinhören. Ich habe nämlich ein Problem mit diesem Satz, weil nämlich viele Leute an Gott so glauben, wie die Leute, die Aktien anlegen. Wer Aktien anlegt, der macht das klug, wie man ist, so, dass man sein Vermögen in ganz verschiedenen Aktien anlegt. Und logisch, kommt ja mal vor, dass eine Aktie gerade in den Keller geht. Aber dann hat man noch die anderen, von denen man sich Gewinn erwarten kann. Du kannst an Gott nicht so glauben, wie so ein Aktienhändler. So geht Glaube nicht. Schon allein deshalb nicht, weil Gott sich gegen diese Art deutlich wehrt. Er sagt im ersten Gebot, ich bin der Herr, dein Gott, du sollst keine anderen Götter neben mir haben. Gott möchte, dass wir diesen einen Strohhalm der Hoffnung in die Hand nehmen. Gott möchte, dass wir auf diese eine Karte setzen. Es ist eine merkwürdige Lektion in meinem Leben, dass Gott immer wieder an diesem Punkt angesetzt hat. Glauben geht eben nicht auf Abstand. Beten geht eben nicht auf Abstand. Und nachfolgen geht erst recht nicht auf Abstand. Abstand würde nämlich dann immer bedeuten, naja, ich glaube ja schon, ich bete ja schon. Ich folge ja Jesus schon nach, aber zu meinen Bedingungen. Ich nehme mir Freiraum. Von den 24 Stunden am Tag, Gott, bekommst du zwei, vielleicht zweieinhalb. Wer wirklich etwas von Gott erwarten will, der muss ganz nah an Gott rangehen, nur zu Gott gehen. Und erlebt möglicherweise, dass Gott etwas ganz anderes tut. Wer wirklich zu Gott beten möchte, der muss ganz nah an Gott rangehen, alles von ihm erwarten, aber bekommt möglicherweise Antworten, mit denen er nicht gerechnet hätte. Wer wirklich nachfolgen will, der kann nicht mehr auf zwei Pferde setzen. Ja, der wird Krisen erleben, weil nämlich Gott uns führt, uns leitet, wenn wir den Glauben ernst nehmen. Und dann kommen wir dahin, wo wir im Lebtag nicht gedacht hätten, dass das unser Auftrag ist. Und doch werden wir jedes Mal erleben, wie unter dem Strich bleibt, der Glaube ist wieder gewachsen. Das Vertrauen auf Gott hat sich gelohnt. Jesaja sagt, alle, die ihre Hoffnung auf den Herrn setzen, bekommen neue Kraft. Ich sage dir, es ist wie mit diesem Strohhalm. Nicht nur 20 Prozent Hoffnung, nicht 50-50, sondern 100 Prozent auf diesen Strohhalm der Hoffnung setzen. Denn dann passiert etwas. Wozu ist dieser Strohhalm da? Natürlich. Der Strohhalm bringt mir das, was ich brauche. Das, was gut tut. Jetzt passiert im Leben des Thomas etwas, womit er nicht gerechnet hätte. Diese minimale, kleine Hoffnung erfüllt sich. Jesus hatte die ganze Zeit Thomas im Blick. Ich möchte dieses zweite Bild noch einmal einblenden, das ich jetzt sehr, sehr passend finde. Wie aus dem Nichts kommen die Hände, die den Thomas in seiner Krise sehen, die seinen Frust über die Freunde mit ihrem Glauben sehen, die seine ganze Resignation kennen. Jesus sieht Thomas in seiner Sackgasse und Jesus kommt zu Thomas in die Sackgasse und holt ihn heraus. Ich möchte schließen. Krise ist also nicht das Ende. Ja, vielleicht jetzt im Moment. Ahnungslos, erschöpft, schwach und müde. Und keine Kraft mehr. Und wohl auch ohne richtige, zupackende Antworten. Aber Gott weiß, wo unsere Sackgasse sind. Denk an Ostern. Denk an Thomas. Denk an diesen Strohhalm der Hoffnung. Gott steht hinter diesem Versprechen, das Jesaja dem Israelis damals sagt. Alle, die zu Gott kommen, alle, die ihre Hoffnung auf den Herrn setzen, bekommen neue Kraft. Amen. 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 Am Schluss unseres Gottesdienstes wollen wir miteinander beten. Ich habe dazu Bilder mitgebracht, ein Bild mitgebracht, dass das Kreuz zeigt, auf das ich am Ostermontag hingewiesen habe. Jetzt ist es übersät von ganz verschiedenen Bitten, auch Dankesbitten unserer Gemeindeglieder. Diese Input habe ich genommen, um dieses Gebet, fürbitten Gebet heute aufzunehmen, hier in unserem Gottesdienst. Lasst uns miteinander beten. Lieber Herr und Gott, unser Vater, danke, dass Ostern nicht umsonst geschehen ist. Danke für die Erlösung, die Vergebung meiner ganzen Schuld, den Glauben, aus dem ich jetzt Kraft schöpfen kann. Danke dafür, dass du mir die Augen geöffnet hast und ich Gelassenheit spüre. Danke für die Menschen, die in der Corona-Krise zum Glauben gefunden haben. Danke für die Familie, mit der ich die Krise ertragen kann. Mehrere unseren Glauben und unsere Zuversicht. Gib uns Mut, unser Vertrauen auf dich zu setzen. Wir beten für Kinder und Jugendliche, deren Zuhause jetzt in diesen Tagen kein sicheres Zuhause ist und denen diese Tage extrem schwer werden. Wir beten für Menschen, die die Sorge und Angst kaum noch aushalten können. Wir beten für die Menschen, die im Hospiz sind, nun den letzten Weg alleine gehen müssen, weil sie nicht besucht werden dürfen. Wir beten für die unter uns, die sich um Corona-Patienten kümmern. Beschütze sie. Wir beten für die Menschen, die im Pflegeheim sind und für die, die ihren Vater, ihre Mutter eben nicht besuchen können, um Kraft. Wir beten für die Menschen, die im Pflegeheim, die im Pflegeheim, die im Pflegeheim, die im Pflegeheim sind. Wir beten für die Menschen, die die im Pflegeheim in der Pubertät stecken, sodass die Luft einfach nur noch zum Schneiden ist. Wir beten für Menschen, die aufgegeben haben, von dir etwas zu erwarten. Wir beten für die Schulen, die Schüler und die Lehrer, dass sie einen guten Weg des Lernens miteinander finden. und wir danken dir für die tollen Ideen, die wir für unsere Kirchengemeinde gefunden haben, um mit Menschen in Kontakt zu kommen. Es ist wie ein Geschenk. Höre du bitte auch, was wir jetzt in der Stille dir anvertrauen. Und gemeinsam beten wir weiter, wie wir es gelernt haben. Vater, unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich, dein Wille geschehe, wie im Himmel so aufgärten. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigen. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, bewahre eure Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen. Zum Schluss wollen wir jetzt auch noch einmal miteinander singen von dem Lied 100. Wir wollen alle fröhlich sein. Wir wollen alle fröhlich sein. Röffentliche sein. In diesem höchstlichen Zeit. Denn unser Heil hat Gott leid. Alleluia! 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 Sein Christus, Marie, ihren Sohn. Es ist erstanden, Jesus Christ, der nun im letzten Sturm ist, dem Seil, um er zu erreich ist. Alleluia, 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 genau sei Christus, Marie, ihren Sohn. Es freu sich alle Christenheit, alleluia, 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 genau sei Christus, Marie, ihren Sohn. Am Ende uns des Gottesdienstes möchte ich gerne weitergeben, was ich weiß. Denn eigentlich möchte ich gerne einladen, für den nächsten Sonntag wieder einzuschalten zu diesem Online-Gottesdienst. Allerdings haben wir ja alle auch mitbekommen, in diesen Tagen wird jetzt, seitdem politische Entscheidungen gefallen sind, heftig diskutiert, ob nicht doch Gottesdienste bald wieder stattfinden können. Zunächst einmal halten wir fest, dass wir uns wiedersehen können am nächsten Sonntag. Und wenn es anders kommt, das wäre schön. Auf das Kreuz, das ich vorhin noch einmal eingeblendet habe, möchte ich noch einmal hinweisen. Jetzt steht es in Östringen vor der Kirche. Und wer möchte, kann dort vorbeigehen, Zettel und ein Stift. Und auch diese Nägel liegen dort bereit. Gerne können Sie Ihre Bitte, Ihren Dank auch jetzt formulieren und dort an dem Kreuz anheften. Hinweisen möchte ich noch einmal auf das Andachtstelefon. Zweimal in der Woche ist es möglich, eine neue Telefonandacht zu hören. Und außerdem gibt es das Kontakttelefon, wem die Decke auf den Kopf fällt. Und wer jemanden mal in echt sprechen möchte, der ist da genau richtig. Die Telefonnummern bei der Telefone finden Sie auf unserer Homepage www.kirchen-östringen.de Den Wochenspruch möchte ich an den Schluss stellen aus dem 1. Petrusbrief, Kapitel 1, Vers 3. Gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns nach seiner großen Barmherzigkeit wiedergeboren hat, zu einer lebendigen Hoffnung durch die Auferstehung Jesu Christi von den Toten. Dass der Glaube nicht auf Abstand rutscht, das möge Gott ihnen und euch schenken. Und deswegen hört den Segen, der von uns von Gott gegeben wird. Der Herr segne euch und behüte euch. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über euch und sei euch gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf euch und gebe euch Frieden. Denken Sie bitte an den Strohhalm. Es lohnt sich, Gott diesen Strohhalm hinzuheben und mit aller Kraft von ihm zu erbinden, was auch immer fehlt. Denn Gott kann grieße. Machen Sie es gut und bleiben Sie gesund. Bis wir uns wiedersehen. Untertitelung des ZDF, 2020